Vom Norden geht es wieder ab, in den Süden, Spacey und vom anderen Stern. Er sagt von sich selbst, er wäre gern auf Haumea zu Hause, der Experimente-Künstler und Sprachwissenschaftler Aronius Sinensis. Guten Tag, in Ulam-Rem proben wir, heute sprechen wir auch ein bestimmtes Niembros, von Latein zu Italien, Kalitrageste, Franzese, Spaniel, Portugese, Rumänisch und Romantisch. Andiamo al Frances, warum ist es fasciniert durch den Universen, und besonders durch Sommeia? Uh, l'univers ist groß, und es ist sehr interessant, um zu sagen, dass Mideosküle ist, wenn wir Sommeia sind, ist eine gewisse Planete. Das ist toll, ja. Aha, aber Sie denken, dass es sehr wichtig ist, informieren Sie über den Universen über den Universen? Nun, Sie wissen, dass ich das Studium habe, und meine Mental Formation war in Deutsch, mit viel Herz. Sie haben gelernt, von mir zu hören, dass Sie das Gericht haben, und das ist sehr gut, denn am Ende, ich benutze diese Themen in meiner Musik. Was denken Sie über die Extraterrestriere? Es ist sehr möglich, dass sie es existieren. Und wenn sie die Signale von der Erde hören können, können sie meine Musik hören und das in der Zwischenzeit. Es war sehr viel mehr für die Interview. Die American Dream ist eines der wenigen Mottos, welche die Band Euclation nicht befolgen. Das Trio bezeichnet sich eher als Emotional Rockers. Chris Rooster und Dean Ramsey konnten leider nicht mit erscheinen, dafür haben wir hier den treibenden Kopf hinter dem Projekt. Winsend, der Wins. Hopper. Howdy, Winsend. Wins, please. Ok, Wins. Why are you so alone here in Germany? Well, you are here too, as well as 80 million other people. Well, ok, is there a tour plan for the Euclation? Are we Milli Vanilli or something? Yes, I know it's true. You mean what they say, that you mostly compose the songs on the piano and the others replay it on the guitar after your fiddle? Well, usually I just play the drums until someone makes a mistake. Well, you can play the organ as well as I know. Have you never thought of making a song half rock, half organ? No, we are not the army of lovers, we are the army of rockers. But you are doing a lot of new wave too. Yes, go ahead. Nothing. You have just recently released a new album, a complete album. And the song Follow Your Heart. Do you follow your heart yourself? And will there be new songs soon? Well, yes, I do follow my heart, but sometimes I also follow something else. We might be releasing a small album soon, but there is a small artwork. Ok, I can't wait to listen to them. Of course you can't. Thanks for the interview, Vincent. Vince, please. Zu guter Letzt wollen wir jemanden ganz Außergewöhnlichen begrüßen. Ein Besuch von ganz oben steht an. Rascio Piano Lisco. Viel ist nicht über ihn bekannt. Aber wir werden versuchen, dies zu ändern. Irgendwie. Hai Rascio. Moi. Do you understand me? Francais. Italiano. Espanol. Portugues. Nederlands. Svensch. Sommer. Este. Yes, it's still summertime. But the sun is not at the horizon yet. Well, this will be interesting. At least there are no more bugs flying around. Soon there will be fall and autumn again and then there will be really cold again. Although when the call of freedom comes up, we both will have our independence up again. And don't you sometimes get heart pain when you're doing popcorn? What is your recipe for success? Is... Is... What is... Is it your... Oh... Well, okay. And so much for it. Tja, dazu kann ich jetzt echt nichts mehr sagen. Ich bedanke mich bei all meinen Gästen und hoffe auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Immerhin schaffen wir es ja in einem Jahr ca. 9 Stunden an Musik zu produzieren und auch zahlreiche Videos wie das hier. Ja. Also wünschen wir uns was. Auf neue Projekte und neue Produktion. Ihr Taro Merkalenen. Hoffentlich wird es jetzt nochmal besser. Ja, naja, das war ja eigentlich schon so gut ab. Ah, jetzt kommt gerade eine Wolke vorbei. Hoffentlich verzieht sie sich. Okay.